Hallo, ich bin der Hetty. Ich würde euch gerne die Crypto-Party ankündigen, die jetzt im Dezember stattfindet. Datum müsst ihr auf der Crypto-Party aus der AT-Seite finden. Danke. Am 19. Dezember, wir müssen eine Location finden, aber wir finden noch eine. Und es geht konkret um die Kongress-Vorbereitung zum Chaos Communication Kongress, wie ihr euren Computer einstellt, Backups erstellen, alles drum und dran, wie ihr da vorbereitet. Kurz, da wird der Pippi euch viel erzählen. Kommt zahlreich, nehmt Laptops mit, nehmt Fragen mit und wir freuen uns, wo ihr kommen. Danke. Es gibt auch einen Meta-Day, bald einmal. Ich habe das auch wieder vergessen, aber... Wartet kurz, so. Es gibt ja Smartphones. Es gibt auch eine Meta-Lab-Seite, meta-Lab.at slash Kalender mit C. Aber so, meta-Lab.at. Da haben wir einen sehr interessanten Vortrag von einem Uni-Wien-Professor über Statistik. Statistik. Danke. Am 16. Dezember vom Erich Neuner. Erich Neuwirt über Statistik und... Wahlvorherrsagen, Statistik, Österreich. Als Passwörter. Als Passwörter. Sehr interessant. Kommt vorbei, nehmt eure Freunde mit und genießt den tollen Abend. Danke sehr. Vielen Dank.